Ist dies eine Welt, in die man Kinder setzen sollte? Und ich frage bewusst euch, weil ich weiß, ihr habt es alle getan. Tja, aber das war ja nicht mit Absicht. Kinder, guck mal, das ist einerseits, ist alles schrecklicher geworden, da ist Krieg, da ist Krieg, da ist Krieg, diese Welt, diese Welt, aber wer soll's denn machen? Ja. Ich werd mich doch nicht ums Klima kümmern, wie soll das gehen? Ich würd mit dem Mustang V8 zur Klima-Konferenz fahren, da ist ja nicht die Lösung. Und so, weißt du, man selber denkt sich ja, ich bin zu alt für alles, ich bin davon entbunden. Wir müssen ja irgendwie auch Personal stellen. Du bist ja, glaube ich, der Ertragreichste in dieser... Würdest du heute noch mal Kinder in die Welt setzen? Auf gar keinen Fall. Bin ich viel zu alt für? Nee, da hab ich keinen Bock drauf.